Und damit hat sich die nächste Gruppe beschäftigt, wie man Geister jagt. Herzlich willkommen, Island of Ghosts. Ferdi, JT, Mori und Nils. Hallo, das ist unsere Präsentation zu Island of Ghosts. Es geht darum, Geister zu jagen und einzufangen. Ich glaube, eure Präsentation müsst ihr noch einmal auf den zweiten Bildschirm rüberschieben oder noch einmal öffnen. Ja. Durchsichtig. So, da kommt eine Präsentation langsam reingeflogen, wie man es auch von Geistern kennt. Ist ja alles hier on brand. In diesem Spiel geht es darum, Geister daran zu hindern, zu fliehen und endgültig zu fangen. Das gelingt durch animierte Ausrüstungsgegenstände und verschiedene Fallen. Hier sind die Bilder einiger Geister, wie sie als Entwürfe gemacht sind. Nämlich drei verschiedene Sorten, die dann im Spiel vorkommen sollen. Und mit diesen Ausrüstungen soll man sie fangen. Einerseits hat man hier den Entwurf eines Saugers und hier drüben eines Elektroschockers, der die Geister daran hindert, sich wegzuteleportieren. Letzteres haben wir von einer Internetseite heruntergeladen, Sketchfab, da wir das nicht selber animieren konnten. Und ja, jetzt kommen wir erstmal zur Welt, also in der Welt, das ist eigentlich nur so eine kleine Insel, so wirklich sehr klein mit so ein paar Bäumen, so ein kleiner Wald und ein Haus in der Ecke von der Insel. Und wir brauchen jetzt noch eine Sekunde, wir stellen jetzt gleich die VR-Version direkt vor. Ja, wie sie jetzt sehen, das ist quasi die Insel, eigentlich sollte es noch wesentlich dunkler sein, es sollte halt Nacht sein, aber das Programm, wo wir es halt drauf haben, funktioniert nicht so ganz. Das konnte jetzt nicht alles dunkler machen und deswegen ist es helligster Tag. Darum sind auch keine Geister, definitiv. Nur deswegen. Aber, wie Sie sehen, das sollte so ein bisschen PS-One-Style sein, weil, wie wir alle wissen, Nostalgie ist gruselig. Und deswegen habe ich das so ein bisschen in PS-One-Style gemodelt und... Autsch. Und ja, auch teilweise von Sketchfab runtergenommen. Die Bäume zum Beispiel, die habe ich jetzt nicht selbst gemacht, dazu hatten wir nicht die Zeit. Ja, wenn sich jetzt mal umgedreht wird in irgendeine Richtung, ich weiß gerade nicht genau, wo das Haus ist. Bestimmt da, da ist es. Ja, da kann man an sich auch reingehen, wenn man jetzt das Player-Model zur richtigen Größe anpassen würde und all das, aber das haben wir jetzt noch nicht so hinbekommen. Wie gesagt, wir haben nicht die richtige Software dafür und die Hardware auch nicht, weil die Computer sind schon ein bisschen älter, da ist teilweise noch Software von 2014 drauf. Ja, das war es eigentlich auch schon mit der Insel und die Geister und sowas, die müssen dann im Nachhinein noch hinzugefügt werden. Unsere weiteren Pläne waren, einerseits die Objekte natürlich zu programmieren und was uns mittlerweile gelungen ist, das Spiel VR-kompatibel zu designen. Und das wäre nicht gelungen, hätten wir nicht die Unterstützung der hier genannten Personen, nämlich Liv, Elena, Jannik, der Firma Meso, Pascal, Jannik, Skorpi, dem Medienzentrum Offenbach, der DENIC und allen anderen Teammitgliedern von Jugendhekt und den anderen Sponsoren. Und den danken wir für dieses wunderbare Wochenende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir üben, wir üben, wir üben immer am zweiten Tag abends die Präsentation, aber bei euch ist ja noch richtig viel passiert. Gestern Abend wurde es noch nicht gedankt, das ist ja super süß, vielen, vielen Dank. Ich glaube, die Sponsoren freut es auch, wenn es mal von euch kommt und nicht immer nur von uns die gleichen drei Sätze. Super schön, vielen, vielen Dank. Gestern Abend hattet ihr noch gar keine VR-Brille auf. Was ist denn da passiert? Wie kriegt man es denn jetzt überhaupt vom Laptop in die VR-Brille? Ja, das lag daran, wie gesagt, die Hardware hat halt so ein paar Probleme. Wir mussten die ganzen Programme runterladen und dann haben die dann doch nicht funktioniert. Und deswegen hat jetzt einer der Teamleiter, ich kann mir keine Namen merken, deswegen einmal den Namen reinrufen. Wer war es? Pascal. Pascal, genau. Darum hat uns der Pascal in einer Internet-Website quasi dieses VR ermöglicht und bereit dann auch gestellt. Konntet ihr dann sozusagen einfach die Bäume, die ihr runtergeladen habt und die Sachen, die ihr selber designt habt, da dann einfach so reinziehen? Ja, das mussten wir im Blender machen, daher kommen auch die anderen Modelle und da konnte man halt auch diese Insel machen, Formen und halt dieses einfach reinkopieren, die Bäume und Häuser und das Haus jetzt. Da hattet ihr, glaube ich, auch zwischendurch mit Blender ein bisschen Problemchen. Das war bestimmt schwierig, aber war es trotzdem lernbar? Also würdet ihr sagen, das können auch andere Teams bei Jugendhekt gut nochmal ausprobieren? Ja, also es müsste zu lernen sein, wenn man jemanden hat, der ein bisschen Erfahrung hat und es einem erklären kann, dann müsste man es hinkriegen. Also es ist auf jeden Fall lohnenswert, weil man viele verschiedene Tools hat. Das ist doch super. Wunderbar. Dann gebe ich das fürs nächste Jugendhekt, wo ich bin, genauso weiter. Vielen Dank für eure schöne Präsentation. Ich bin gespannt, auch mal eure VR-Brille aufzusetzen. Ich bin gespannt, auch mal eure VR-Brille aufzusetzen.